Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming hier in Battlefront 2 mit dem lieben Kalli. Tschüss, tschüss, tschüss. Uh, der feuert hier auch schon seine Blaster-Schüsse ab. Ja klar, ich feuer richtig hart mit meinem Blaster. Ja, ja. Nur mit dem, ne? Nur mit dem. Gut, gut. Ja. So. Und ist der Bug noch da oder ist er gefixt? Er ist gefixt. Wir spielen in neuen Modus, ne? Ja genau, wir spielen in neuen Modus. Wir sind auf Seiten der Republik und du bist auch Angriff. Was war mit dem denn? Er stand so hinterm Schild, springt die ganze Zeit dagegen und fasst. Was war mit dem was? Äh, äh, ich geh nach B. Du bist glaube ich hinter mir, ne? Ich bin, äh. Baby, 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 baby. Baby, baby, ich bin hinter dir. Kommt ihr irgendwo wern? Kommt ihr irgendwo wern? Baby. Ich werde natürlich auch gleich versuchen, direkt den Arctrooper, oder nicht direkt, aber gleich mal irgendwann den Arctrooper zu kriegen. Arctrooper? Ach ja, ist schon stärker. Ja, dann ist schon stärker. Ah, ja, komm jetzt hier Richtung A. Wir müssen deren Kommandoposten einnehmen. Ich lauf hier links lang. Autsch. Oh nein, oh nein. Die wollen mich töten. Ja, natürlich wollen die nicht töten. Ich hab denen nix getan. Warum? Das ist so gemein. Warum wollen die nicht? Oh, da ist jemand der Snipe. Gefällt mir nicht. Das ist nicht gut. Wir halten Verstärkung. Jawohl. E haben wir eingenommen. Auf jeden Fall erstmal. Hier ist direkt einer. Ich hab's nochmal geschafft. Ich komm zu dir. Jawohl. Nodo Brainpick wurde besiegt. Jawohl. A gehört bald uns. I'm on my way. Wo ist der? Links. Ich hab bis jetzt noch keinen Bot hier gesehen. Heute. Ne, Bot. Irgendwie die Bots haben keinen Bock. Ja. Wir haben absolut keinen Bock. Haben wir mal da hinten eine Granate rein. Jawohl. Und direkt Level 26. Passt doch. Glückwunsch. Danke. Okay. Dann das mal Richtung E. Vielleicht kriegen wir E. Nehmen wir mal meine Schotty. Ich bin hinter dir. Passt das ja damit. Oh Gott. Hier lang. Bin ich da raufkomme. Hinten hab ich irgendwie mit einem roten Licht fest gesehen. Ich vermute mal den Dooku. Da will ich nicht hin. Bei D. Oh, links hinter dir. Ja, kümmert du dich um den hinter mir. Ich kümmere mich um hier. Der ist so gut wie tot. Der ist so gut wie tot. Ich hab ihn. Weil ich bin gestorben. Ach komm schon. Egal. Der ist da weggerannt. Oh Gott, was ist das denn da oben? Das sieht ja widerlich aus. Das ist Bosk. Bosk ist das. Hier kommen die beiden Granaten. Der hat auch eine Granate geworfen. Blendgranate hat er geworfen. Ich seh nix mehr. Au. Au, der ist neben mir. Ich kann nicht bei dir spawnen. Meine Güte war das schlecht. Ich hab nix gesehen. Bin bei dir. Bin bei dir. Das war lächerlich. Au. War das einer von uns? Hallo, hallo. Ah, der Terzo. Hi Terzo. Sei gegrüßt. Tut mir leid, dass ich dir in deinen Kopf geschossen hab. Ich hab mir leid, dass ich dir in deinen Kopf geschossen hab. Tut mir leid. Hier, das Dings ist ja nicht aktiv. Oh, oh, da werd ich abgeschossen. Bin bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Mal sehen, wie lange das anhält. Vermutlich nicht sehr lange, wenn Grievous hier rumlungert. Lass mal Richtung C. Lass mal Richtung C. Ich renne Richtung C. Ich komm, ich komm. Wir müssen auf dem Hut sein. Nein, den hätten wir fast gehabt. Oh, oh. Dein Arsch steht auf meiner Liste. Was? Äh, sorry. Will ich gar nicht wissen. Will ich nicht wissen. Oh Gott. Oh Gott. Die werden mich töten. Die werden mich töten. Kalli, hilf mir. Ich hab noch zu... Der Phoenix PHB. Krass, ich hab 11.000 Punkte. Junge. Und den Arctrooper kann ich nicht nehmen. Und ich bin tot. Bei dir kann ich nicht. Aber ich kann bei Schlabby. Nee. Bei One Amongst kann ich. Ja, würd mich wundern, wenn du bei mir spawnen kannst. Ich bin tot. Ja. Wäre mal eine Abwechslung. Ah. FNC Nixon hat mich besiegt. Ah. Egal. Wir nehmen die schwere Klasse weiter. Äh, die Angriffsklasse. Nicht schwer. Ich will die weiter aufleveln. Dann sollte man auch nicht... Oh, oh. Das ist Bosk. Der ist direkt hier. Bosk ist hier. Wo auch immer. Da hinten. Oh. Der hat mich gesnipet. Der Billander hat mich gesnipet. Wie schnell man hier Punkte macht. Naja. Aber ich glaube, es ist auch momentan immer noch dreifaches EP. Hab auch 11.900. Echt ist es? Ja. Wird, glaube ich, am Anfang gezeigt. Und das ist so ein knappes Ding hier gerade, ne? Das ist unglaublich. Ich bin schon Level 27. Ja. Das ist definitiv dreifache EP. Ich bin jetzt in diesem Video, was jetzt fünf Minuten geht oder so, gerade zwei Level aufgestiegen. Das ist schon krass. Wie sieht es eigentlich aus? Ist das überall jetzt dreifache XP oder nur hier in dem Modus? Äh, weiß ich nicht. Das habe ich mir nicht durchgelesen. Die Überschrift war dreifache XP. Mehr habe ich nicht gelesen. So, das erobern wir gerade. Das ist schön. Da hole ich mir nochmal Punkte. Weee. Ah, ich bin tot. Oh nein. Der hat ihn umkämpft. Warum war der umkämpft? Das ist doch eine Scheiße. Oh, darf mal. Das war eine Scheiße. Oh, darf mal. Autsch. Ich will eine Granate. Der hat ihn aus dem Weg. Oh, jawohl. Die Granate hat ihn nicht getötet. Er weiß also aus. Das reicht. Au, 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 au. Erinnere dir, au, au. Das ist ein Schlitzer, das ist ein Schlitzer. Ich habe es gemerkt. Ja, bei dir kann ich nicht. Nee, du bist jetzt auch wieder tot. Mann. Mann. Kackbratze. Mann. Nicht so cool. Okay, jetzt haben die wieder die Oberhand. Ich gehe mal Richtung A. Ich zeige denen gleich mal meine Oberhand, ey. Geht die richtig ab hier. Da gibt es klatsch, klatsch, klatsch. Da gibt es ein paar Wackpfeifen. Ja, ja. Links, rechts. Wackpfeifen, ne? Ich klatsche. Nein. Das war ein Kommandoriide. Beschossen, beschossen, beschossen. Ich bin tot, danke. Deine Hilfe, du Arschloch. Ja, bitte. Wo warst du denn? Hinter mir? Ja. Achso, du warst in meiner Nähe. Wüsste ich ja nicht. Sorry. Ah, okay. Battle, Dobi. Oh, weg hier. Weg hier. Aber ich nehme mal den Akimbo-Typ hier, ne? Den, ja, mach das mal, mach das mal. Weil der ist halt wirklich auf Nahkampf trainiert. Oh. Oh. Bruder, wo ist los? Hast du es gesehen? Oh Gott. Ja, du bist explodiert. Ja. Wir haben Panzer da. Was kann denn hier die Queue? Was kann das? Äh, Granate? Das ist eine... Das ist doch eine Schockgranate. Ah, da kann man auch... Alter, wir haben keinen Kommandoposten mehr, ne? Lass mal hier Richtung B gehen. Das ist so unfair, weil die die dickeren Fahrzeuge hier haben. Jawohl. Salabander. Level 28 bin ich jetzt. Oh, oh. Sind der Gegner irgendwie? Oh, da war General Grievous. Ich habe mich umgedreht und direkt von Grievous abgestochen worden. Einen Jedi kann ich nicht nehmen. Dann bleiben wir mal weiter bei der schweren Klasse. Mann! Kommt da der Rage-Kali raus? Nein! Ich habe es bisher noch nie geschafft in diesem... Oh gut, ich habe ihn jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Aber noch nie geschafft in diesem Modus anzugreifen. Auf dem Raumschiff. Wir haben bisher immer nur verteidigt. Schön. Ja, ne? Freut mich eigentlich sogar nicht. Komm schon, hier. Wir nehmen jetzt aber viele ein hier. Oh, oh. Von wo schießen die? Die schießen von irgendwo. Wo denn? Wird er obert. Kann es sein, dass hier gar keine Bots mehr sind momentan? Dass die die rausgenommen haben? Dass die vielleicht die Bugs verursacht haben, die Bots? Die haben nämlich bis jetzt wirklich noch keinen gesehen. Weder von uns noch von denen. Haben die denn so spezielle Namen oder haben die gar keinen Namen? Ja, ja. Zum Beispiel bei den Droiden heißen die RZA1 oder so. Achso. Ist mir tatsächlich aber auch noch nicht so ins Auge gesprungen. Also als wir gestreamt haben zusammen, waren hier jede Menge Bots immer. Da hatte ich auch ordentlich viele Kills bei den Bots. Autsch. Wow, ich bin geflogen. Ich bin geflogen. Dass ich das hier, dass ich noch lebe, ne? Das ist ein Wunder. Ah, ich nehme gleich auch mal Snipe, Alter. Leckt mich doch! Von wo? Von wo snipen die denn? Ich habe nur gesehen, dass hier gesnipet wurde. Nicht von wo. Überall ich nehme sonst eine Ecke. Bitte. Bitte. Aber die Map ist, muss ich sagen, sehr geil. Ah, Mann. Die werden das hier machen. Oh Gott. Hauen wir mal eine Granate hier runter. Hinter mir. Oh. Ich stehe. Autsch. Level 29, das ist so geil. Mann! Wie schnell man hier aufsteigt. Das ist wirklich krass. Oh, komm schon. Momentan liegen wir jetzt vorne. Das ist ganz gut eigentlich. Was ist denn was für ein Arsch hier, ey? Mann. Da ist Maul. Oh, ich bin tot. Das war's. Ich habe 38.000 Punkte, ne? Nur mal so. Komm, nehmen wir mal den Arktrooper. Ich war nicht schnell genau für den Arktrooper. 39.000. Alter. Feind erhält Verstärkung. Das ist nicht cool. Ich kriege nur noch die Fresse hier. Ja, und die verlieren wir jetzt auch. Ah. Ja, die werden jetzt versuchen, einzusteigen. Nein, komm schon. Bitte. Lass mich doch hier. Ja. Toll. Ja, das ist gerade so neben dir. Ah. Ja, sehe ich. Und das war's mit mir. Mann. Nein, der will mich, der will mich. Ja, der will mich ganz doll. Ah. Ah. Egal, ich bleib beim... Ich lebe noch, ich lebe noch. So, one amok. Oh, der Arktrooper. Oh, schade, Mann. Ach, Kali. Extruso, du siehst. Mann, ihr macht keinen Sinn mehr. Oh, du Gott. Oh, von wo? Wir waren Spiegel. Ja. Hätte aber auch nicht viel gebracht. Wir sind gleich auf dem Schiff. Ja, vielleicht hätte ich alles noch rumgerissen, alleine. Na, geht ja nicht mehr. Die kommen jetzt so oder so aufs Schiff. Oh, Mann. Nein, ich will den. Okay, schade. Granate. Noch ein bisschen Punkte hier auf den Links da machen. Auf den ART. Jetzt haben die schon 21. Nein, den Kommando bringen wollte ich noch. Schade. Ah, da hatte ich gerade meine Schatty raus. Gut. Ich kann einen Schluck trinken, während es hier läuft und dann... Und jetzt hole ich den Arktrooper raus. Pass auf, ich level den jetzt von Level 3 oder 4 oder was der ist auf Level 50. Nur in dieser Runde. 100%. Nicht. 100% mache ich das. Arktrooper. Geschafft. Ich kann bei Kalimont spawnen. Nein. Kannst du mal... Ich wollte ein Arktrooper sein. Ja, okay. Dann nicht. Ich kann bei One Amongst spawnen. Ich bin bei dir gespawnt. Schön. So. Ja, Freunde. Wir sind hier jetzt im... Nein, was? Im Venator. Der Anfang hat nicht... War nicht relevant. Der war... Ja, gut. Genau hier eingestiegen. Irgendwo anders. Ja, genau. Das war alles die Schuld von den anderen. Jawohl, ich habe den Boss quasi alleine besiegt. Quasi. Au, 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 au. Ja, quasi. Ich habe den mit meiner Schockgranate umgeworfen und dann hat der keine Chance mehr. Nein, von der Seite, von der Seite, von der Seite. Oh, Mann. Keine Chance. Aber egal. Ich kann den Arktrooper gefühlt noch... Nein! 50 Mal nehmen. Schade. Jetzt hat die jemand anders genommen. Ich will bei Schlabby rein. Schlabby. Bitte. Schlabby. Danke. Oh Gott. Da ist ein B2. Da ist ein B2. Ziemlich shinier B2. Nicht mein Kill. Na toll. Huh. Ja. Äußerst shiny. Oh Gott. Wie wir hier auseinandergenommen werden. Kann ich einen Arktrooper nehmen? Nein, kann ich nicht. Okay. Bei Kalimons spawnen. Bitte. In vier Sekunden. In drei. In zwei. In eins. Und go. Hui. Ah, das ist ein Arktrooper. Jetzt hätte ich fast auf einen unserer Brüder geschossen. Monate. Oder, oder. Bitte. Schön. Jawohl. Das war nicht mein Kill, aber immerhin. Au, au, au. Der Kommando-Rie hat mich mal eben verkloppt. Warum kann ich kein Arktrooper sein? Das ist doch kacke. Kali, du bist im Kampf. Kannst du mal aus... Okay. Du besiegst Duku, das... Das ist legitim. Ja, ja. Das kann ich verstehen. Schnell und entschlossen. Jawohl. Hui. Duku ist platt. Duku ist platt. Nice. Wow. Oh. Jawohl. Kommando-Rie besiegt. Noch ein... Schade, den habe ich nicht mehr gekriegt. Aber vielleicht kann ich ja jetzt wieder Arktrooper... Nein, schade. Mann. 200 Angriff-Skills. Das heißt, ich kann theoretisch jetzt die hier nehmen. Warum? Ich habe doch 200 Angriff-Skills gerade gemacht. Dass das dann erst in der nächsten Runde geht. Das ist so doof gemacht. Ich muss drücken... Schade. Ui... 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 Ich gehe jetzt hier rauf und hole mir da alle, die da kommen. Sollen sie doch kommen. Alles von Lass. Oh, oh. Die machen es nachher wirklich. Oh, oh. Wo sind die? Unter uns? Links nehmen wir uns noch. Nee, da unten sind welche. Ja, hier sind auch welche. Ja, sehe ich jetzt auch. Der Kommandor-Brüide da hinten. Schade. No, der B2 hat gerade aufgehört zu spielen anscheinend. Der Level 30. Nice. Irgendwie 5 Level aufgestiegen jetzt in diesem Video schon fast knapp. Mann. Dass sie nicht hier weiter vorraten wollen. Meine Güte. Okay, gebt mir Deckung. Gebt mir Deckung. Ah, ich kann hier nicht rein. Hab nur noch 10 Sekunden. Egal. Ich werde eh sterben. Aber eine Granate da. Wenigstens noch vernünftig hingeworfen. Jawohl. B2 Kampfdroiden. Superkampfdroiden erledigt. Immerhin. So. Das Problem ist, wir sind jetzt hier, wo wir gar nicht sein müssen. Wir müssen die hier drüben aufhalten. Das heißt, die halten uns ganz gut hin. Jetzt müssen wir hier stoppen. Ich muss es stoppen. Kann ich bei dir spawnen? Nein, kannst du dich... Bitte, lass es mich doch stoppen. Warum... Der hat es mich nicht stoppen lassen. Der hat es mich die ganze Zeit nicht stoppen lassen. Warum? Jetzt kann ich wieder einen Arcthooper nehmen. Bin da, bin da, bin da. Jetzt, wo es nur noch zwei Gegner hier gibt. Na ja, A ist jetzt wenigstens gestoppt. Wir müssen B stoppen. Jetzt B. Ja. Kommt schon, wo sind sie? Sind die hier? Doku, Doku, Doku. Ah, nein. Ich als Arcthooper hätte den gerne gehabt. Aber ich habe dem ordentlich was gezogen. Wann. Schade. Ich will bei dir spawnen, Kali. Kannst du doch. Ja, aber ich hatte noch nicht frei. Ich hatte noch nicht frei. Wo ist B? Da ist B. Wir müssen zu B ganz dringend. Ja, ja, ich glaube. Shotgun rausholen, damit ich schneller bin. Schneller. Schneller Propeller. Hier lang geht's. Hier lang geht's. Alter, ist das ein weiter Weg. Die Welt ist zu groß. Wird kein leichter sein. Wird ein leichter sein. Ah, Mann. Der hat mich weggeslashed. Run amongst. Ich will zu dir. Jetzt bist du auch im Kampf. Kali, kannst du mal zurückgehen? Ja, geh, geh. Komm. Bei dir kann ich nicht hin, aber bei Schlabby. So. Boah, war das knapp. Das war ordentlich knapp. Jetzt haben wir noch eine Chance gegen die. Rückkehr zum Bodenkampf. Verteidigen. Boom, boom. Muaha. Easy. Jawoll. Kann das jetzt eigentlich die ganze Zeit hin und her gehen? Weil wir haben es ja jetzt geschafft wieder. Ja, aber wenn die nochmal bei uns einsteigen, haben die genau die gleichen Werte wieder. Ach, komm schon. Also, das heißt, die müssen dann nur noch so ein kleines bisschen bei uns schaffen. Wenn wir jetzt das allerdings schaffen, bei denen reinzukommen, kannst du natürlich noch länger dauern. Oh nein, da ist direkt... Oh, direkt ein Panzer, Alter. Was soll denn die Scheiße mit dem Dreckspanzer? Ich habe dem ein wenig was an Leben gezogen, auf jeden Fall mit meinem Arctrooper Arch. Von wo. Ich will nach D. Ich will D erobern. Ohne Scheiße, dieser Penner mit seinem Dreckspanzer ist mir sogar noch hinterhergerannt, um mich platzumachen. Schön. Nein, das ist nicht schön. So gehört sich das. Der Kali muss platt gemacht werden. Der macht dich gleich platt, ey. Hier kommt, glaube ich, ein Held von da. Hinter dir? Ja, da ist du gut. Oh nein. Komm schon, habe ich ihn? Oh. Er hat mich gewornt, mit seinem Blitz, Alter. Ja, ich wurde vom Kommando Druiden erledigt. Mann. Ich nutze ihn aber auch schlecht gerade. Komm schon, Schlabby. Ich wähle dich, Schlabby. Klingt irgendwie wie ein Pokémon. Wenn man so sagt, ich habe hier den Dooku. Komm schon, komm schon. Nein, jetzt ist hinter mir einer. Mann, ich wollte den Dooku. Mann, oh. Dieser Kommando Druide, der nervt mich. Wenn man nichts hier hinkriegt. Okay, bei dir kann ich nicht spawnen. Schlabby. Aber ihr könnt ja ruhig gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Modus findet. Also mir gefällt der echt gut. Der macht echt Spaß. Der kann sich zwar ziehen, aber... Der macht trotzdem ordentlich Fun. Und bisher sieht es ja sogar noch ganz gut aus, jetzt für diese Runde. Aber ich will es auch nicht beschreien. Ich will es nicht beschreien. Mann, du Arschgeige, Alter. Aha. Okay, wir müssen zu C. Okay, C wird verteidigt. Dann bleibe ich mal hier bei E. Ich muss schon bei E. Oder gehe mal Richtung B. Hä? Hier kämpfe ich um einen Kommandoposten? Von wo? Oh Gott. Da ist auch noch einer. Jawohl. Ich bin da. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es geschafft, Männer. Hier kommen noch mehr. Wir wollen, glaube ich, alle heilen. Oh, oh. Oh, von wo? Ja, Terzu, ich weiß, dass du da bist. Nein. Das ist nicht gut. Ja, lass mal Richtung C gehen. Nein, ich wurde weggeschleudert. Hier ist irgendwo ein Held. Ja, ich bin weg. Tschüssi. Ich will keinen Helden sehen. Mann. Ich wurde weggemalt, Alter. Oh, oh. Oh, oh. Der Kommandodroide da oben. Autsch. Was macht der Obi-Wan da? Der sollte mal angreifen. Nicht nur so dumm da rumstehen. Autsch. Ich gehe mal Richtung B. Da hinten ist auch noch ein Panzer, aber dem versuche ich auf den Weg zu gehen. Aber B wird jetzt schon eingenommen. Egal, ich gehe trotzdem hin. und unterstütze das. Momentan sieht es wirklich ganz... Ach, ich habe keine... Oh, komm schon. Das kann doch nicht sein. Ich könnte mich nicht kriegen. Hier, wenigstens ein bisschen Unterstützung vielleicht für uns. Ah, Mann. Ja, hol dir den noch. Wofür bist du sonst gut, du Arctuber? Ich habe ihn noch, Mann. Ach, du bist der Arctuber. Oh Gott. Natürlich. Ich habe nur fünf Leben gerade. Wie ich das jetzt hier überlebt habe, ist mir ein Rätsel. Alter. Indem ich dich gerettet habe. Ich habe mir den geholt. Dankeschön, Dankeschön. Hm, weggesnackt habe ich ihn. So, dann müssen wir hier mal Richtung A. In die Richtung, der jetzt gerade eingenommen wurde. Weiter in die Richtung. Ich habe jetzt in diesem Leben schon alleine 14.000 Punkte gemacht. Oh Gott, oh Gott. Nein. Nein, das kann nicht sein. Ich habe dem zweimal mit der Shotgun direkt ins Gesicht geschossen. Nein. Jetzt hätte ich einen Arct nehmen können. Schade. Hau rein, hau rein. Oh, ich habe den Patzer, ich habe den Patzer. Nice. Und ich bin direkt bei dir gespawnt. Sehr schön. Oh, da ist Bosk. Da ist Bosk. Schön, schön, schön. Ah, die haben mich. Die haben mich. Ich bin in die Minen gelaufen. Ah, ja. Danke. Das hat mir jetzt erlaubt, einen zu nehmen, einen Arctrooper. Ah, ist gut. So. Und wir haben wieder kaum Posten. Das ist wegen diesem... Ich muss sagen, der Arctrooper ist aber ganz lustig eigentlich. Ja, der ist wirklich cool. Oh. Aber diese Drecks-AATs, ne? Die sind zu stark. Wir bräuchten hier so einen IFTX oder wie die heißen. So einen Klon-Panzer. Komischen AA-Dinger, Alter. Die sind richtig kacke. Ja. Von da links kommt irgendwas. Autsch. Ja, da links. Komm schon. Das kann nicht sein. Dass der da jetzt aus meinem... Ich hab mit dem Arctrooper jetzt nichts gerissen. Dass der da aus meinem Dings raus ist. Das ist so kacke, ne? Oh nein. Ich kann bei dir nicht spawnen. Ja, ich bin auch tot. Aber du guckst. Sein Scheißschlauern zu hoch, Alter. Geh weg. Ähm. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich glaube, D ist das Logischste. Rennen wir mal nach D. Okay. A wird gerade eingenommen. Das sieht ganz gut aus. Jawohl. Der Droide fällt. Da links ist ein Panzer. Da will ich nicht unbedingt hin. Das können die Arctrooper schön machen. HB wird jetzt auch eingenommen. Das ist uncool. Aber wir liefern denen jetzt auf jeden Fall gerade einen besseren Kampf als vorhin. Immerhin. Immerhin etwas. Das ist ein Droide. Ja, aber Bots sehe ich hier wirklich gar keine. Autsch. Kam da von rechts noch was oder war das eine Granate? Vielleicht haben die die halt wirklich rausgenommen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass dadurch dann vielleicht die Bugs entstanden sind, dass man hier nicht joinen konnte. Autsch. Da kommt einer. Ist auch noch so ein Kommandoroide. Ja, der will hier rechts lang jetzt. Kommt der andere auch? Hier rechts oder kommt der links? Oh, ne. Au. Ja, hier. Der ist direkt hier. Halt mal drauf. Weiter. Oh, nein. Der ist fast weg. Fast Schrott. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Arctrooper. Jawohl, Arctrooper. Kalimon, du bist tot? Ja. Ne. Der Schlabbi auch. Ich kann auf jeden Fall nicht bei dir. Jetzt kann ich bei dir sparen. Ich bin nicht tot. Nein, wir haben jetzt wieder zu wenig. Lass mal Richtung A gehen. Boah, das ist hier aber auch immer eine Dramatik, ne? Ja, das ist schon mal. Ich bin in Richtung A unterwegs. Ich sehe hier auch kaum Gegner. Ich bin auch hier. Moment, hör dir. Ich habe hier noch so gut wie gar keinen. Ah, warte. Hier ist irgendwo Bosk. Au, au, ich bin gegiftet. Ja, ja, ja. Ich sehe nur gerade nicht, wo. Ist hier irgendwo, ist das Problem. Ich bin drin, ich bin drin. Ja, ich auch. Ja, ich zünde jetzt einfach mal meine Dings, damit ich gleich eine neue kriegen kann. Ja, bin da. Oh, das kann nicht sein. Wir nehmen jetzt den hier ein und dafür verlieren wir alle anderen, die wir haben. Dann mal direkt Richtung B, würde ich sagen. Das ist so knapp, ne? Okay, B wird jetzt schon eingenommen, aber ich gehe da auch mit hin. Ja, ich komme auch. Ah, der Bugspeeder, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Mit dem Speeder dann in Richtung Kommandoposten zu fahren, die gerade leer sind, sozusagen. Ja, haben wir. Okay, und ich gehe einfach weiter hier im... Oder, warte mal, sind hier... Ja, da ist ein Step. Ach, komm schon. Jawohl. Ich gehe mal weiter Richtung C. Oh Gott. Das ist wirklich eine riesige Schlacht hier. Das ist so ein geiler Modus. Ich finde den echt super. Im Stream war so, ja, ist okay. Aber mittlerweile... Oh, der ist hier direkt... Hier ist Bosk. Irgendwo ist Bosk. Ich sehe ihn nicht. Ich bin geblendet. Ah, der war fast tot. Der war fast tot. Ich hatte ihn fast... Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Aber wir waren den hier wenigstens... Oh Gott, von da oben. Die beschießen uns von da oben. Oh Gott. Den Kommandoposten haben wir. Ich bin so gut wie tot. Oh, weg hier. Ach, ich kann ja auch den hier machen. Das habe ich schon wieder vergessen. Dass man hier scannen kann. Nein, Bosk war so gut wie tot. Ja, wir schaffen es aber relativ gut gerade. Da oben sind welche. Ich gehe mal hier rum. Oh, wir sind so kurz davor. Wenn die jetzt A einnehmen, ist das richtig kacke. Haben wir, haben wir. Nur noch drei. Nur noch drei. Komm schon. Geh auf 8. Ach, kann nicht sein. Ich gehe jetzt hier nach E. Autsch. Jetzt haben wir wieder eine Mann machen. Ja, noch nicht. Aber hier sind jetzt auch alle drin bei E. Okay. Lass mal Richtung D gehen. Den versuchen einzunehmen oder vielleicht reicht es dir jetzt auch schon. Komm, wir brauchen nur noch zwei Punkte. Aua. A ist auch schon wieder. Oh Gott. Hier ist direkt einer. Ah, das war zu früh. Ich habe es zu früh rausgehauen. Bin jetzt fast bei A. Okay. Jawohl. Den kill habe ich gemacht. Wo ist er? Okay. Den kommen wir weg. Richtung D. Ja. Wir hätten nur noch einen Punkt gebraucht. Wir schaffen das nicht. Die machen das. Ich bin hier am Punkt. Ja, aber die machen ja jetzt trotzdem mehr Punkte. Die haben ja vier eingenommen. Die haben jetzt 48. Jetzt machen die 49 und jetzt 50. Und dann können die wieder auf... Ja. Einsatz ziel gescheitert. Nein. Okay. Mein Controller habe ich jetzt gerade rausgehauen. Mann, vier Spieler killstreak, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Das war so knapp. So knapp kann das doch nicht sein. Aber ich fürchte, ich fürchte, nochmal werden wir die nicht davon abhalten, die Reaktorkerne zu zerstören. Na, ich denke auch. Also ich werde mein Bestes geben. Oh je. Und ich merke gerade, die Aufnahme leckt. Ich hoffe mal, der hat nicht schon die ganze Zeit geleckt. Vermutlich hat sie die ganze Zeit geleckt. Das tut mir sehr leid. Wenn es das hat. Aber da kann ich jetzt während der Aufnahme leider auch nichts dran ändern. Schön. Agent Mallcat. Oh, jetzt leckt das Spiel aber auch. Nein, bei mir nicht. Bei mir auch. Da ist Mall. Der darf nicht einsteigen. Mall darf nicht einsteigen. Au. Mann. Was ein Kack. Oh Gott. Wie will es auch größer machen wir auch. Ah, Starkiller schreibt high SWB. Sei gegrüßt. Starkiller. Man muss kein Jedi sein, um zu wissen, was diese... Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und sieht absolut nicht gut aus. Wir können nicht zulassen, dass eine Horde Klappergestelle unser Schiff zerstört, oder? Tja, mach nie Klappergestelle, aber vermutlich trotzdem. Nein, ich hab's geschrien können. Nein, ich kann gar nichts spielen. Ich hab den Arctripper gerade so eben noch geschafft. Dann spiel ich halt wieder an. Ach cool, dass wir jetzt wieder beide Reaktoren hatten. Hatten wir gerade, glaube ich, nicht mehr, oder? Oder doch? Doch, kann sein. Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich befolge der einfach mal. Aus unserem Squad. Ich... Ach, schade, hat jetzt keinen hier getroffen. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Uh, ich hab's überlebt. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Nein, warum hab ich den jetzt? Was auch immer das war. Oh, ich kann wieder einen. Ich kann wieder einen. Zurück zum Standard. Die AB werden wir jetzt verlieren. Ah, ich hab's versucht. Ich bin wieder hinter dir. Dann müssen wir Richtung A. Ja, lass Richtung A laufen. W ist verloren. Boom. Das ist schade, aber egal. Wir müssen jetzt Richtung A und da gucken, dass wir da klarkommen. Ich verstehe das nicht, warum es manches Mal bei mir laggt, manches Mal nicht, die Aufnahme. Das ist echt nervig. Bei mir ist das gut. Muss ich nur nochmal anmelden. Ja gut, du nimmst ja auch gar nicht auf. Ja gut, das stimmt. Sind das hier... Kann man nur durchschießen? Nee, sieht komisch aus. Doch, glaub schon. Ja. Aber im Allgemeinen sehr, sehr komisch aus. Bip, 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 bip. Ja, wahrscheinlich verteidigen, weil das jetzt hier auch wieder. Aber wo sind denn die Gegner, Alter? Hier sind ja keine. Ja, die brauchen, um von B nach A zu kommen. Ich komm denen jetzt auch mal entgegen. Hier, one amongst. Steht hier am richtigen Punkt schon. Hier sind überall Gegner. Bip, 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 bip. Ach, schade. Und jetzt kann ich ihn wieder nicht nehmen. Ich glaube, ich nehme mal hier Offizier. Das ist, glaube ich, ganz nice. Bin bei dir. Bin bei dir. Oh Gott. Pickt meine Granate irgendwen. Hau mal einen hier links rein. Ah, links ist Grievous. Also auf der linken Seite ist Grievous. Vorsicht. Schön aufpassen. Ja. Und da ist Bosk. Ja, jawohl. Der ist, der Arktrooper, wenn der richtig gespielt wird, ist der auch viel zu stark. Von wo? Oh Mann. Ich weiß nicht von wo. Hier links sollen welche sein. Ich gehe mal hier links an. Ja, ich komme hinter dir. Oha, da ist ein Kommandoroide. Oh Gott, ich treffe ihn nicht. Jawohl. It's Jaglads wurde besiegt. Ah, da ist Grievous. Nein, der hat mich umgeworfen. Bitte, bitte. Jawohl. Zusammen. Zusammen. Nein, Mann. Oh Gott. Meine Granaten sind nie fertig, wenn ich sie werfen will. Ich kann bei keinem von euch spawnen. Jetzt bist du aber tot. Ich habe das Gefühl, dass diese Folge noch ein bisschen dauern könnte. Übelste Action so. Ja, also. Die sind nicht mal ansatzweise am Kern bei uns. Ja. Fire Org. Noch acht Gegner. Kommandotaktik, ich gehe rein. Jawohl. Und den anderen, kommandot. Ihr gefällt das nicht. Nein, den wollte ich haben. Hab ich aber. Mann. Will auch Gütze haben. Ich bin nicht dein Feind. Ja, mancher Leute ist Feind schon. Feinder. Na, schade. Ich dachte, ich bin mal so frech und komme damit durch. Tue ich nicht. Nein. Bist nicht. Ich bin jetzt, glaube ich, aber. Vorhin habe ich. Aus Spaß gesagt. Ich glaube, ich bin jetzt fünf Level aufgestiegen. Ich glaube, ich bin wirklich gerade fünf Level aufgestiegen mit der Angriffsrasser. Also. Bei mir auch. Ein paar Level. Rückkehr zum Bodenkampf. Jawohl. Alter, was? Wir sind Kampfdroiden. Ja, die haben es nicht geschafft. Alter, dieser Modus geht echt scheiße lang, ne? Manchmal. Ja. Unglaublich. Was ist jetzt, wenn die es wieder nicht schaffen? Also, wenn wir jetzt wieder verlieren? Tja, geht's weiter. Was? Wir sind hier drin gefangen. Ja, manche Leute haben hier schon mal 70 Minuten Runden gehabt. Ich hatte bis jetzt hier noch nie so viele Runden. Deswegen. Ich dachte, das wären alles nur Fake News. Aber waren es wohl nicht. Oha. Hier wird direkt eingenommen. Das müssen wir verändern. Von so einem Step. Oh, gut. Die Granate war unnütz. Gehen wir mal Richtung. Oh. Jawohl. Unglaublich. Ich habe den besiegt. Da ist noch einer. Nein. Nein. Ah, Mann. Jetzt hat mich jemand. Los. Ich will schnell nochmal einen Ark Trooper. Schade. Aber dass ich den einen ART da besiegt habe, da bin ich stolz drauf. Und der andere hat Schaden genommen. Ah, jetzt nehmen die eh ein. Das kann doch nicht sein. Das ist ein Kack. Naja, lass mal Richtung B laufen. Ja, ich bin eben schön. Oh, da ist ein Panzer da hinten. Aber ich glaube, das ist jetzt auch das. Alter. Der hat auf dich gezielt, glaube ich. Ich glaube auch. Egal. Ich probiere jetzt mal was anderes. Ich versuche bei dir zu spawnen, wenn es gehen würde, aber du bist im Kampf, sagt Demi. Ah, da muss ich bei Let's Nick TV. Den spiele ich eigentlich so gut wie nie, den Raketentruppler hier. Aber gut, der ist schnell. Ich gehe mal mit dem zu B. Lass mal wieder auf Angriff. Oder hinten ist Dooku. Da hinten ist Dooku. Machen wir dem mal eine Rakete ins Gesicht. Ah, schade. Die hat nicht gesessen. Wenn der mal nicht im Kampf fährt, könnte ich bei dir spawnen, aber... Oh, nein. Nein, Dooku von hinten. Ich bin jetzt Level 2. Ich habe den Luftruppler noch nie gespielt, aber egal. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen. Vielleicht komme ich ja mit dem auf Level 5, 6, 7 oder so. Wenn ich den jetzt die ganze Zeit spiele. Ist zwar teuer, den zu spielen, aber egal. Also kostet mich ja kein Geld. Oh, nein. Okay, der Raketenwerfer ist teilweise echt cool. Autsch. Okay, ich mag den. Level 3. Schön. Und der kostet immer nur 1.000. Wenn ich im Leben mehr als 1.000 Punkte mache, reicht mir das. Ah, ich kann bei keinem von ich spawnen, Manu. Okay. Richtung A. Richtung A. Ah, das kann nicht sein, dass ich den damit nicht getroffen habe. Oh, die Pistole von dem ist auch noch cool. Meine Güte, warum habe ich nie mit dem gespielt? Ich bin hier am Po. Ich bin tot. Du bist am Po? Ja, ich bin am Po. Am Popo? Am Popo. Am Popo. Ich versuche hier ein bisschen A zu verteidigen. Komm schon, den kriegen wir. Jawohl. Habe ich zwar nicht... ...keine Punkte für gekriegt, aber egal. So hoch komme ich nicht, okay. Ah, der Kommando Bride wird mich kriegen. Schade. Habe ich auch zu schlecht geschossen. Habe ich zu schlecht geschossen. Ich kann wieder zu keinem von euch. Aber diesmal sieht es besser für uns aus. Ist die Frage, ob das besser ist, weil es natürlich dann jetzt wesentlich länger dauert. Ah, von hinten. Wir sichern einen Kommandoposten. Kommandoposten verloren. Weiterangriff. Jawohl. Den habe ich auch zerstört. 31, Alter. Level 4. Nice. Ich war, glaube ich, echt 25 oder so. Und ich habe jetzt 6 Level oder so gemacht. Nice. Autsch. Hier ist doch... Aber wieso kommen denn immer so viele Panzer? Ja. Weil die genügend Punkte für die Panzer haben. Versuch mal, den Raketentruppler zu nehmen. Der ist gar nicht mal so schlecht. Mit dem kannst du dich sehr schnell bewegen. Und der hat halt einen Raketenwerfer, den du ganz gut gegen die Panzer einsetzen kannst. Jet-Truppler-Truppler-Truppler. Ja, genau. Der hat halt einmal, das linke ist, hast du so einen Boost nach oben. Und das rechte ist, du hast einen Boost in die Richtung, in die du läufst. Mit deinem Raketenwerfer, also mit deinem Jetpack. Und das oben ist halt ein Raketenwerfer, als du den Raffalete rausholen kannst. Die Truppen haben die Eroberung eines Kommandopostes eingeleitet. Jawohl. B wird eingenommen hier. Pass auf, wir kommen jetzt auf deren Schiff und hauen die sofort weg. Ah, man kriegt Fallschaden, das wusste ich gar nicht. Ja, nicht wenn du mit deinem Jetpack fliegst, glaube ich. Ja, bin ich. Bin geflogen und bin aufgelandet. Das ist, das ist strange. Das sollte eigentlich, ah, schade, nicht so sein, glaube ich. Nein, jetzt sind genügend Jet-Truppen da im... Oh, ich kann wieder einen nehmen. Auf zu schlabbi. Wo sind denn... Jetzt sind keine Panzer mehr, da willst du mich verarschen. Ja, aber ist doch im Prinzip was Gutes. Ja, gleich wenn ich den dann nicht mehr habe, dann kommt ein Panzer nach dem anderen. Du kannst ihn ja... Der kostet nur 1000. Du kannst ihn die ganze Zeit nehmen, quasi. Also ich mache in jedem Leben irgendwie 1500 Punkte, der kostet 1000. Das heißt, mir kann ja gar nicht weggenommen werden, im Prinzip. Nur wenn zu viele Leute den spielen. Keine Ahnung. Diese Kommandoloiden, ne? Die sind so... Die sind so winzig. Autsch, utsch, utsch, utsch. Schade, nicht getroffen. Ah, man. Dieser It's Jack, Lads. Das ist echt mies. Jetzt muss ich mal wieder Angriff nehmen. Aber vielleicht komme ich dann wenigstens mit Angriff auf Level 33 oder so. Ja, Level 33. Das ist so rechalig. Ah, ich hasse euch. Wir müssen hier rein, wir müssen hier rein. Ich muss an Bord gehen. Da ist Grievous. Oh, oh. Na gut, dann werde ich da wohl nicht reinkommen. Ich nehme aber noch mal einen. Noch einen Jet Trooper, bitte. Luft Truppler. Wee. Oh, nein, ich werde es nicht schaffen, glaube ich. Nope. Aber ich kann noch mal... Den hier kann ich noch machen. Oh, schade. Hat nichts gebracht. Autsch. Mann. Ist er wieder verloren? Nee, nee. Jetzt haben wir gewonnen. Jetzt kommen wir zu deren Schiff. Was? Wir haben jetzt seit 40 Minuten aufgenommen. Das wird ein langes Bödel von zwei Let's Play. Wird vielleicht das längste, was ich jemals hatte. Vielleicht auch einfach zwei Teile draus machen, Alter. Ja, vielleicht schauen wir mal. So, ob sich jemand 80 oder 70 Minuten anguckt, Alter. Ja, natürlich. Natürlich. Full Play, sozusagen. Geisteskrank. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir da auch zwei Teile draus. Ich habe jetzt einfach mal... Ich nehme einfach mal den Jet Trooper weiterhin. Ich bleibe offiziell jetzt mal. Der ist so schön schnell. Ist das Schöne an dem. Wenn du aber auch so viele Punkte kriegst, sind alle Helden und Sonstiges immer ausverkauft. Also ausverkauft. Das klingt so komisch. Schade, schade. Oh, die wollen mich alle... Nein! Ja, gut. Ich bin gerade in Richtung General Grievous geflogen. Ohne das zu wissen. Ohne das vorher zu wissen. Jetzt kann ich den nicht mehr nehmen. Toll. Ich kann bei euch allen nicht schroren. Grievous, ich komme! Ja. So in der Art ungefähr. So, wir müssen jetzt einfach hier... ...das schaffen. In dieser Runde. Wäre gut, ne? Ja, das wäre überaus gut. Ich gehe da mal Richtung A. Wir müssen A überbrücken. Der Arc Trooper hier soll das machen. Gut, wenn das keiner von euch machen will. Darf ich das mal bitte machen? Gut. Ich mache es. Ich mache es, Kalli. Ich mache es. Ich überbrücke A. Wenn wir das jetzt schaffen, das wäre so lächerlich, ne? Wenn wir das jetzt in diesem Versuch schaffen... Du! Achso. Kannst nicht... ...vorbei! Ja. Wo bist du? Bist du in meiner Nähe? Nee, bist du nicht. Aber ich bin bei A. Ich könnte es bei mir spawnen, wenn du möchtest. Ja, ich komme. Nein, will ihr mich verarschen? Was denn? Hä? Achso, es reicht auf einer Seite zu überbrücken. Okay. Hast du es oder bist du? Ja, ja, nee, der auf der anderen Seite hatte ist. Granate da rein. Ach, schade. Da war ich zu schlecht für. Okay, weiter geht's hier. Weiter geht's. Auf geht's. Schotti raus. Ich gehe auf B. Lass mal auf B gehen. Da geht so gut wie keiner drauf. Das heißt, hoffentlich verteidigt da auch niemand. Oder verteidigt alle. Kann ich hier raus? Hier kann ich nicht raus. Das ist kacke. Hier lang. Kann ich hier raus? Hier kann ich raus. Ja, du musst mich jetzt beschützen. Nee, ich sabotiere. A, okay. Ich muss dich daneben stehen, wenn es sabotiert. Ich versuch's. Ja, B. Läuft gerade, ne? Okay, das heißt, es kann nur verändern, wenn jemand dahingeht, ne? Ja, richtig. Gut, die verteidigen alle, ah, sollen sie machen, aber... Oh, hier kommt ein Held. Ja, und das ist Bosk und ein B2. Oh! Oh! Ein Schuss von Bosk. Und ich war weg. Das war die Sache, wir sind alleine, ne? Also ich bin jetzt auch... Ja, und ich bin doch tot, ne? Also ich könnte bei dir noch spawnen. Nee, da hat jemand Raketenwerfen auf mich geschossen. Ja. Ja, immerhin, wir haben's... So ein Viertel ist durch. Ja, das stimmt. Das haben wir einfach mal solo gemacht, so wir beide alleine. Solo wir beide, ja. Aber ja, du hast recht. Ja, ohne... Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Marti runter. Gott. Ja, komm, einer von euch kann doch da jetzt bestimmt machen, oder? Ja, ja, ja. Der Heidi ist da gerade... Der ist gerade einfach runtergefallen. Der ist runtergefallen? Ja, der läuft einfach so runter. Oh je, manche Leute. Das sah halt so nice aus. Der läuft einfach daneben, neben dem, was wir da einnehmen, läuft der vorbei und fliegt runter. Läuft runter. War geschlungen, der ist einfach runtergelaufen, so. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Okay, weißt du was? Die Hälfte ist jetzt hier durch, hier sind so viele Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal Richtung A. Weil die werden sich jetzt alle auf B konzentrieren. Deswegen... Oh, 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 oh. Das ist ein cooler Level, aber das ist sowas von... Aus einem Halo-Level abgeguckt. Ja, da rennen sie. Die rennen genau... Ah, jetzt war einer hinter mir. Ich wollte sagen, die rennen genau in die richtige Richtung, nämlich in die andere. Schade. Oh, und du bist im Kampf. Ich würde gerne zu dir kommen, aber... Also ich stehe eigentlich nur in der Ecke und verstecke mich. Ja, ich weiß, aber du bist im Kampf, laut dem. Das Problem ist, ich könnte zum Schlabby, aber der ist bei B. Da will ich jetzt auch nicht unbedingt hin. Jetzt schießt sie zurück. Ja, okay. Da liegt jetzt eine Granate unter dir. Ah, der ist nicht tot, ja. Das bringt dann auch nicht mehr so viel. Ne. Moll. Oh, der ist gut. Ja, Leute, wir müssen Richtung A. Sonst verschanzen die sich da gleich. Aber du siehst, wie viele Leute einfach rausjoinen, ne? Ja. Das ist immer wieder Leute nachzunehmen. Pfff, die sind alle in meine Granate reingelaufen. Das ist so lächerlich. Ah, schön, da war jetzt Anakin, der dürfte hier ein bisschen aufgeräumt haben. Weiter, weiter, weiter. Oh. Ja, Anakin, Richtung A. Ich komme hier mit. B haben wir. Wenn wir das jetzt noch schaffen, das wäre so geil. Das wäre so geil. Comeback bis hier. Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay. Boom. Mein Kill. Ich habe dem Anakin gerade einen Kill geklaut. Das freut mich gerade so stark. Oh, wunderschön. Wunderschön. Okay. Machen wir mal da einen rein. Gucken wir mal hier. Och, das war Yoda. Ich hatte so Angst gerade. Die kriegen es aber auch irgendwie nicht hin, ne? Ich dachte, man könnte sich hier verstecken, ne? Ne. Der flieht. Oh, da ist Grievous. Aber der hat so gut wie kein Leben mehr. Ja, nicht alle jetzt hier rausrennen. Wir müssen weiterhin gucken, dass... Wir haben einen Freund im Einsatzgebiet. Wir haben einen Freund im Einsatzgebiet. Joa, das war geil. Unglaublich. Das ist so kacke, dass das so laggt, ne? Bei mir nicht. Ja, ja, ne, die Aufnahme. Bei mir laggt auch nichts. Die Aufnahme laggt halt einfach nur. Das wäre halt viel, viel geiler, wenn... Ich würde sagen, ich würde sagen, nochmal neu aufnehmen. Damit die eigentliche Aufnahme dann keine Lacks hat. Ich habe Grievous nochmal gekehlt. Aber dafür war das jetzt zu cool. Dafür war das viel zu cool. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Nach 50 Minuten fast. Und ich bin auf Level 34. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs oder sieben... Ne. Ich glaube, ich habe mit 26 angefangen. Dann hätte ich jetzt acht Level gemacht. Bei Armbuch. Alter, ja, ich habe auch richtig viele Level. Gewonnen. Ja. Unglaublich. Wow. Alter. Ja, vielleicht splitt ich das dann auf Dienstag und Donnerstag. Oh, wie krass. Episch, episch. Oh, episch. Wie krass. Unglaublich. Ich weiß noch nicht. Du bist vierter. Ja, nice. Entweder es kommt als Rantus oder es kommt zweigeteilt. Werden wir dann sehen. Werdet ihr dann sehen. Mal schauen. Ich habe neun Level gemacht in Angriff. Vier in den Infiltrator und drei in Luftruppler. Kranker Scheiß. Naja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich will das jetzt nicht... Ich gehe schon mal aufbänden. Ich will das nicht weiter rausziehen. Schaut direkt auf jeden Fall bei Kalli vorbei, bei Kallimon und bei der Dringestorys. Und damit noch einen wunderschönen Tag und bis dann mal. Und tschüss, Leute. Ich gehe schon mal aufbänden.